Ich bin Karin. Ich bin Niemeth. Und das ist jetzt hier unser dritter Tag auf der CEBIT, am Stand des Bundesministeriums der Bildung und Forschung. Hier stellen wir unser Säden-Inventative-Säger-Projekt des Codex-Illivie-Systems vor. Unser Highlight bis jetzt hier auf der CEBIT war der Besuch der Bundesministerin Frau Banker, die sich persönlich für unser Projekt interessierte und sich informierte. Wir haben uns ja auch schon viele interessante Gespräche über den Web-Berber und über unser Projekt geführt. Wir haben auch schon viele Kontakte.